Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 4! Das Spiel, was momentan das Just Network begeistert. Und euch auch. Das ist das Wichtige. Die Kommentare sind ja gar nicht mal so schlecht. Die letzten Folgen waren vielleicht nicht gerade das Spannste. Aber gut, die letzte Folge hat es auf jeden Fall rausgerissen, muss man dazu sagen. Und unser Freund, Franco, der weiß, seine Schwester hatte Geburtstag. Ich räume ihm heute die Bude mal ein bisschen auf. Und er hat, glaube ich, schon 18 Teller, die er sammeln kann. Das ist aber nett von ihm eigentlich, oder? Ja. Muss man auch mal machen. Sind wir mal ehrlich. Trauen sich auch noch Müll. Was ist das denn? Klick mal drauf. Was kann er da machen, wenn er draufklickt? Noch kann er irgendwie gar nichts damit machen. Nix? Wirklich nicht? Da kannst du draufklicken. Nee? Okay. Was hat sie jetzt vor? Sie geht. Sie will spielen. Was will sie? Sie will spielen. Nein, du bist jetzt erwachsen. Du gehst nicht in diesem Müll. Wegwerfen. Ich glaube, sie hat die Party genossen. Sind wir doch mal ehrlich. Ja. Und weißt du, was sie jetzt macht? Was? Direkt mal jemanden einladen. Sie hat so viel Gäste so. Endlich kann sie mit Bruno was machen. Oh Gott. Die arme Melle. Und ich habe ja... Kommt so Penta hinten jetzt im geilen Outfit, ey. Und da ist ein Goldfisch. Name. Rudi. Rudi. Rudi der Goldfisch? Ja, klar. Hommage an Elmania. Gut. Gut. So. Geile Party. Der muss ein bisschen auf die Toilette, würde ich sagen. Jetzt auch. Mies geile Party. Und dann lege ich mich neben Bonzo. Geht das? Da bin ich mal gespannt. Was beste Freunde sind, geht es vielleicht? Was macht Nina, die alle... Äh, äh, Melle? Ja, Melle hat... Ich bin ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Weißt du, warum habe? Erzähl. Weil Bella verheiratet ist. Das hat sie uns vorher nicht gesagt. Dann wir baggern und baggern und baggern und dann... Hat uns echt keiner erzählt, ne? Spannerei, ne? Also übrigens jetzt, wo die Party zu Ende ist, ne? Das war ganz schön teuer, der Scheiß hier. Weiter geht's. Gut. Und ich würde auch mal... Du kannst auch mal ein Dach darüber machen, weil Bonzo's Computer... Bonzo's Computerzimmer... Willst du eigentlich ein Dach drüber hauen? Ja, das ist... Zeig das mal. Ich finde, da kann man eine Treppe nach oben bauen und hier eine schöne Gartenterrasse drauf machen. Wie soll da noch eine Treppe reinpassen, das kleine Ding? Mach da ein Dach drüber, ein kleines Mann. Das sieht scheiße aus. Das Auge isst mit. Wie kann man denn so ein langes Dach machen? Passt nicht, oder? Das muss ja irgendwie passen. Ja, und hier? Ah, hier so. Ah, ja. Und da? Ja, es läuft doch. Ja, okay. Gut, gut. So, aber das Ganze braucht natürlich jetzt auch noch ein Wangenluster. Das ist komisch alles. Nein. Sieht halt aus wie das Dach, ne? Na ja. Na ja. Also Innenarchitekt-mäßig habe ich noch Nachholbedarf. Da oben, da was noch weißes, das kannst du gerade auch bunt machen. Ja, das suche ich ja gerade. Das suchst du gerade. Du dachtest, du suchst das Muster, ja? Ja, aber es ist alles zu hell. Ich weiß heute nämlich nicht, welche Farbe. Oder war es einfach das hier? Ja, war es. Das in, aber in so ein... Ja, in blau. Nee. Doch, das links oben ist blau. Ja, guck mal, verschiedene Farben. Sicher? Ja. Ist nicht wie im Licht nur so? Nee, nee. Doch, doch. Nein. Doch. Zum hell. Zum hell. Oder das könnte sein. Nee. Verschalt, die soll drauf Farben. Nein, guck mal, das siehst du doch schon. Ja. Scheiße. Auch nicht. Aber das ist... Kannst du das nicht irgendwie mit einem Stift einsaugen? Nee, das such ich nämlich die ganze Zeit. Das geht bestimmt irgendwie, bin ich mir sicher. Die Guglitti weiß sowas. Da bin ich mir sicher. Das kannst du natürlich haben. Kann ich haben. Wir brauchen einfach... Das ist das. Das ist zu hell. Ich mache hier geile Effekte. Ich tue das wirklich von unten runtergucken. Echt? Echt? Ja. Toll. Du bist ein hell. Danke. Oder wir streichen einmal komplett. Papel, du haust das Geld raus, du. Wir wollen doch bald ausziehen in ein größeres Haus. Was hältst du davon, wenn wir das mal... Ach nee, wir haben erst... Wir haben 1800. Weißt du, was ist nur da oben das Scheißdach? Das ist doch völlig egal. Ist die Farbe egal? Ja. Ja, aber wir haben ja noch eine zweite Seite. Ach so, ist automatisch. Alles klar. Weiter geht's. Wuh, wir haben Dach. So. Miesgeile Party, Bonzo ist am Start. So, Bonzo ist immer verspielt irgendwie, habe ich das Gefühl. Sportkleidung. Was war nochmal seine Abendkleidung? Das... Die kannte da am Bauch. Der ist immer noch müde. Der hat gepennt. Nein, er kann die Dusche auf jeden Fall verbessern. Aber er geht jetzt pennen. Er soll die Dusche vorher noch verbessern. Nee, er geht erst pennen. Was macht denn jetzt? Er duscht. Was macht Mel? Mel ist total fit, Mann. Sie will im Internet treffen. Ja, die kann... Er hat doch hier Dings eingeladen. Da müsste doch gleich mal jemand kommen. Ah ja. Vielleicht will er nicht kommen. Vielleicht nochmal anrufen. Das stimmt nicht mit dir! Guck mal, Mel ist glücklich. Ja, zu Recht. Wir haben eine geile Party. Ja, das war auch eine miesgeile Party. Nee, nee, nee. So, er wird gleich da sein. So, in der Zeit kann sie nochmal wenigstens kurz auf Toilette. Wollen wir mal vorab Lulu machen, oder? Klar. Da ist er doch schon. Scheiße, aber das große Wett ist besetzt. Na und? Ach, du planst gleich schon wieder, was du altes fährst. Was? Nein. Doch, tust du. Franco, geh mal kurz bitte hier schlafen. Alter, wer in dem Wett schon alles gepoppt hat, ne? Das ist echt unglaublich. Lustige Geschichte erzählen. Von Herzen kommst du das Kompliment machen. Willst du jetzt echt den Typen klar machen? Kreative Ideen mitteilen, was hältst du da? Na klar. Eberhorn. Rosan wie ein Händeküssen. Oh, Händeküssen. Hat sie jetzt echt Melanie an den Typen verschaffen? Unsere Melle? Klar. Eigentlich würde ich sie heiraten, wenn ich ehrlich bin. Wer ist da das? Bella ist da. Scheiße. Die ist verheiratet, die kann abhauen. Also nicht, ja, hast du eigentlich. Natürlich nicht. Hast recht. Gehen kann die. Oder vielleicht lässt sie scheiden vor uns. Das können wir auch probieren. Okay, lassen wir sie doch rein. Okay. Franco, du musst jetzt einfach einen Energiedrink gleich nehmen. So, und sie kommt sogar in dem heißen Abendkleid. Ja, echt? Komm, ich werde ich überaus sehen machen. Herein bitten. Hallo, ich bin's. Ich habe mein... mein Lolita-Outfit an. Oh, er ist kokett. Er ist kokett. Das heißt, romantisch... Hast du eine schöne Rose? Ja, wir bieten ihm einfach mal eine Rose an. Muss sie den ersten Schritt machen? Meinst du, ich kriege echt, dass du das Bett, dass sie scheiden lässt? Scheiden vielleicht nicht, aber zumindest ins Bett kriegen. Fragst du sie jetzt, ob sie Single ist? Ach, nur, ihn. Alles klar. So, überpol... Nein, 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 nicht überpolimisch. Scheiße. Trink Energie-Saft und dann... Kompliment über Aussehen machen wir noch mal. Du bist zu hübsch, bist zu hübsch. Äh... Freundlich. Äh... Bitte einzuziehen. Oh nein, sie hat so unser Gesicht mit durchgestreben. Ja, hab ich gesehen. No, schon wieder! Dann geh bitte. Dann muss ich doch schlafen. Hast du jetzt echt rausgeschwissen? Ja, muss ich. Du bist fies. Äh, ich bin einfach noch mal schlafen. Bitten zu gehen, sie hat sich erst mal aufs Sofa. Die hört ja wie eine Eins. Ersten Kuss an Leben. Bei wem? Melle? Melle und Bruno. Äh, mach mal das Klo sauber. Nein. Doch. Oh Gott. Uuuuh! Beide haben erst ihren ersten Kuss erlebt. Ich weiß auch nicht, ey. Wenn Bruno oder Bonzo das machen, kann ich das vielleicht gar nicht genießen. Aber bei Melle bin ich so ein bisschen, da bin ich zu sehr in meiner Vaterrolle, weißt du? Alter, sag nur. Vielleicht ist es auch meine Ego-Rolle, weil ich Melle selber für mich haben will. Aber ich bin damit nicht so, ich finde das nicht so gut. Kann man schon Techtel-Mächtel machen? Ja, ne? Gut. Lassen wir mal auch, ne? Also, er ist verliebt. 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 Junge Erwachsene können wahrscheinlich in diesem Spiel noch nicht richtig. Klar. Oh, Herz Minus. Herz Minus. Der Machspruch war nicht so cool. Baby machen. Nein. Okay. Oder? Okay, wir machen eine 1 zu 1 Situation. Wenn es klappt, passiert es. Okay. Wenn nicht, passiert es nicht. Okay. Baby machen. Gleich mal. Gestern ist die Geburtstag. Irgendwie ist jung Erwachsene schon irgendwie schwanger. Jetzt bin ich mal gespannt. Er überlegt auch. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, okay. Vielleicht. Oh, komm schon. Die machen Baby. Nein. Nein. Wir brauchen Kinderzimmer. Nein. Wir brauchen Kinderzimmer. Wir brauchen Kinderzimmer. Wir brauchen Kinderzimmer. Was hat er denn für ein Schwunes? Nein. Das darf nicht wahr sein, Papa. Das ging es doch gar nicht. Ich werde bekloppt. Ja, die Frage ist, klappt das beim 1. Mal? Ich weiß das nicht. Geht das überhaupt? Alter, ich werde bescheuert. Ich weiß es nicht. Alter, wer in dem Bettchen alles geföhnt hat. Das ist Bonn-Sumervoll. Vor allem, heute hat Melle ihren 1. Kuss gekriegt und ist gleich schwanger. Super. Vielleicht, wenn es geklappt hat. Oh, Mann. Da gucke ich doch mal runter zu den beiden hier. Oh, Melle. Habe ich gut gemacht. Und beide sind direkt eingeschlafen. Und da haut er ab. So, war nett mit dir. Schau. Nee, er geht am PC. Ja. Jetzt wird es interessant, liebe Community. Jetzt könnt ihr alle wieder aufwachen. Weil jetzt natürlich die Frage, ist Melle schwanger? Er geht. Ja. Ja, Franco. Wie hieß er? Bruno, das ist bestimmt auch Italiener. Amore, ich bin weg. Ich bin weg. Meinst du jetzt Bruno? Ich bin weg. Macaroni. Boah, was macht Pabel? Wenn die jetzt wirklich wirft, dann haben wir echt ein Problem. Der muss Bonn so Geld verdienen. Ja. Und was sagt Franco dazu? Oh, das gibt Ärger. Das gibt Ärger. So, haben wir noch 10 Minuten Zeit, Pabel. Ja, die müssen erstmal schlafen. Meinst du echt, die ist schwanger jetzt? Oh, ich weiß das nicht. Ich weiß das auch nicht. Woran sieht man das? Wenn sie kotzen, sowas, ne? Wenn sie Anzeichen zeig ich. Ist das so? Mhm. Ja, ich hab da keine Sims-Erfahrung. Ich weiß ja nicht. Bonn so muss die Scheiße sauber machen. 100 Prozent. Melle ist ja noch nicht richtig schwanger. Die kann die Scheiße noch machen. Und auf die ganze Feier. Ja, das war natürlich der Choice. Wir sind ja Realisten, ne? Ich würde sagen, Bonn so kann heute mal wieder einen Tag zocken, Alter. Vielleicht für sein Lebensziel. 100 Prozent. Was muss er eigentlich machen? Ach genau, er wollte ja... Ich spiele zwei Stunden am Stück. Oder... ...mit der Emotion konzentriert Videospiele. Mit der Emotion konzentriert? Ja, die haben wir nicht. Ah nein, entweder einfach zwei Stunden am Stück. Oder... Ja, dann würde ich sagen, Spock trockt den ganzen Tag. Das ist auch gut. Dann ist er wieder ein Level höher vielleicht. Hat die Dusche schon verbessert? Nein, das noch nicht. Nein? Nein, nein. Er hat erstmal Hunger. Dafür müssen wir erstmal irgendwelchen Müll plündern. Ach so. Was war das? Weiß ich nicht. Okay. War kurz weg, das Bild, ne? Ja. Jetzt ist er glücklich. Spielen. Also beim nächsten Mal die Einzelteile, wenn wir irgendwas reparieren, da liegen lassen und dann ausdurchsuchen. Sag mal, der Fisch sieht auch nicht glücklich aus, oder? Ist das verdrängt oder täuscht das? Das täuscht. Oh, sie lacht im Schlaf. Nee. Baby. Alter, was machen wir denn, wenn die jetzt schwanger ist? Dann müssen wir die Kommode wegmachen und da eine Babykrippe hinstellen. Hilft ja nix, ne? Und was ist da mit Bruno? Was will er machen? Mutigen Anmachspruch, was? Bei jemandem ablassen. Okay. Kann er ja ganz so anmachen. Er ist selbstsicher. Er will joggen gehen und einen Sankzack verwenden. Ja, können wir alles machen jetzt sofort. Ist ja Sonntag, ne? Ja. Nee, er geht dann noch erstmal joggen. Damit kann er noch nix machen. Aber warum nicht? Das würde ich gern wissen. Was muss er denn noch machen? Ach, er will eh zehn Stunden insgesamt joggen gehen noch. Joggen gehen. So, Bruno. Der hat grad richtig Spaß. Bonso, meinst du? Du hast mit dem Namen genauso überhaupt nicht wie ich, ey. Das ist ein geiler Gaming-Stuhl. Ist auch so. Ja, richtig nice. Emotionale Aura aktivieren. Gleich halt da. Und wenn er gleich das Lebensziel erreicht hat mit den zwei Stunden, dann würde ich sagen, Papa, halt dich fest. Komm, wir wieder im Turnier. Komm, wir wieder im Spielturnier. Machen wir. Geil. Ich muss auch echt sagen, ich weiß nicht, wie das, also die erste Staffel war natürlich großartig. Da war ein Talion Daniel dabei, da war alles neu und so weiter. Ich weiß nicht, wie die Community das jetzt findet. Das wissen wir ja leider erst in ein, zwei Wochen. Das stimmt. Aber ich muss echt sagen, ich finde es immer noch interessant. Also ich gucke da wirklich gerne zu und ich fieber da auch noch mit. Also ich bin immer noch begeistert von unserem Let's Play. Muss ich echt sagen. Und muss ja leider sagen, leider kann man halt nicht jeden Tag den perfekten Simstag so haben. Weil manchmal, man muss sich halt natürlich auch immer um dieses noch ein bisschen kümmern. Also, leider Gottes ist das ja so. Was steht da oben? Max, es hat ein Haus vervorsiert. Genommen ab Buttercup. Was? Ich klicke es mal weg. Alles klar. Er hat schon wieder Hunger. War er schon joggen? Ich glaube nicht. Frühstücken, Eier und Toast. Der war doch schon joggen, oder? Nee, der wäre ja nicht im Gegensatz. Hä, der ist Melle. Ach, Melle pennt noch. Irgendwann, die muss erst mal auf Toilette. Schwangerschaftstest machen. Oh Gott. Erst mal pissen. Oh nein, Schwangerschaftstest. Hoffentlich ist sie nicht schwanger. Die hat sich die kleine Melle von dem Bruno poppen lassen, du. Ich werde bekloppt. Oh, ich bin so aufgeregt. Sie ist bestimmt schwanger. Ich glaube auch. Ich finde es gut, dass man schwanger. Kriegst sie dann so einen dicken Bauch auch? Ja, ne? Vielleicht schon. Nein. Was? Der hat das Kopp durch. Ja, Bruno. Melanie, erwarte dein Kind. Oh, shit. Wo machen wir das hin? Oh, guck mal, sie stinkt. Wo machen wir das hin? Ich habe keine Ahnung. Babel, jetzt hast du die arme kleine Melanie geschwängert, du. Gib dir erstmal einen Gartensalat. Da steht doch noch was. Ja, das hat er anbrennen lassen. Scheiße. Ich würde sagen, Bonzo repariert gleich mal den Herd. Ja, ja, erstmal muss er spielen. Aber warte mal, das hat er doch eigentlich zwei Stunden. Wann hat er denn angefangen? Der muss doch auch schon die zwei Stunden bald mal durch haben. Mal schwanger. Skandal. Und stinkt. Ja. Ich hoffe, das hängt nicht irgendwie zusammen. Krass, ey. Jetzt haben wir noch fünf Minuten, Papel. Das heißt, wir werden, also ich bin ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Auch, dass es beim ersten Mal gleich geklappt hat. Aber das macht ja auch Sinn. Was ist das? Ja, Bonzo. Bonzo. Gut, dann kann er jetzt das Ding reparieren. Oh. Was? Er will Technik-Guru-Karriere einschlagen. Okay. Und er will drei Videospiele oder Apps programmieren. Aber erstmal will er den Herd reparieren. Technik-Guru-Karriere? Das heißt, er muss, äh, er muss einen Job annehmen, ne? Japp. Oh, ich wollte so gern, dass er, dass er streamer wird. So, jetzt geht joggen, bitte. Und dann gleich verbessern, das Ding, wenn es geht. Was denn? Achso, ja, wir gucken mal. Und du kannst auch gleich, was ich vor dem Essen nehmen. Ja, erstmal repariert er das Ding. So, neun Monate, dann wirft sie. Bis dahin müssen wir genug Kohle haben, damit wir ein vernünftiges Haus ziehen können. Oder wird sie da auch in eine Babykrippe reindrutschen? Sag mal, es ging ja alles los, dass Melle, äh, auf der, auf der Besucher-Couch schlafen soll. Was eigentlich, was eigentlich die WG von Bonzo und Franco ist. Das Schlimme ist, ich glaube, es weiß noch keiner, dass die schwanger ist. Ne, jetzt hat sie nicht nur ihr eigenes Zimmer und ihr eigenes Bett und wohnt da, sondern jetzt hat sie auch noch irgendwie so, äh, ja, bringt sie noch ihr eigenes kleines Baby mit. Oh, sie muss sich übergeben. Echt? Ja. Das ging ja schnell. Boah, ist das ekelhaft! Nachdenklich duschen. Darüber musst du jetzt erstmal nachdenken. Äh... Ey, das sind Technikteile. Wo? Da unten. Ja, dann, äh, benutzen. Teile plündern. So, er muss auch dringend, ey, Melle kann da danach das... Wieso steht der da nackt vor der Tür? Was ist da denn los? Nochmal joggen. An die Grenze. Sehr gut. So, ich würde sagen, Melle kann auch gleich das Klosauber machen. Und was ist mit Bonzo? Wie ein Champignon-Piesel. Ne Champion. Schon wieder. Hast du es wirklich gerade wieder gesagt? Ich habe gedacht, du machst einen Witz, Alter. Das ist dein Ernst, ey. Du hast es schon wieder gesagt. Wie ein Champignon. Hat er aus den Teilen was rausgeholt? Er hat... Er ist erst noch... Achso. Unfassbar. Das ist Bonzo. Kannst du das jetzt bitte einfach mal sauber machen? Das Klos ist ekelhaft. Oh, Melle wird angerufen. Oh nein. Was will er denn jetzt? Ich bin Papa. Weg. Nein, erstmal... Ich bin Schweiner. Ich bin weg. Mann, Bonzo, du musst doch jetzt... ...plündern. Unfassbar. So, Bonzo, plündern. Los, Digga. Dampf eine Dusche nehmen. Schon wieder? Naja, weißt du wieder nicht. Ach, er? Ja. Aber hast du nicht mit ihr das gerade... Oh, er wird auf jeden Fall hoffentlich morgen gefördert. Was ist mit Melle? Steht da jetzt gerade doof rum? Hä? Achso. Putzen. Säubern. Du hast das Verwenden gemacht, oder? Hm. Hä? Hä? Nee, ich check's auch noch nicht. Achso. Ah, nein, okay, okay, ich check. Du check. So, Bonzo. Oh, sie hat ihren Brunanackt gesehen. Ah, der kann's nicht sauber machen, ja? Nee, der nicht. Oh, Mann. Aber dann kann sie irgendwo mal aufräumen. Ja, und den... Hat Bonzo jetzt aus dem Haus immer raus? Nee, immer noch nicht. Warum will er damit denn nur spielen? Achso, weil's... Ja, ich glaube, er hat doch schon geplündert. Ja, dann weg. Pa, wir haben noch zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Liebe Leute von heute... Warte. Ich drück schon mal auf Pause. Ja. Liebe Leute von heute, das war's für heute. Wir sind schwanger. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ähm, wie das Ganze weitergeht, erfahrt ihr morgen... Wenn das Licht angeht. Aber fahrt ihr morgen, wenn es wieder heißt, eine weitere Folge unseres Sims 4 Let's Plays aus dem Just Network. Ich bin euer Pape. Das ist euer Savino. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao. Das war unsere... Ihr Lieben, ganz kurz bevor Papa hat euch ja schon jetzt so gnadenlos rausgeschmissen. Das war unsere dritte Season, unsere dritte Staffel. Wir sind jetzt fertig, fahren jetzt gleich nach Hause. Für euch, ihr seht es am Plüchmorgen, geht's nochmal weiter. Aber auch hier wieder der Aufruf, bitte euch zu beteiligen. Schreibt in die Comments irgendwie. Wie sollen wir damit umgehen? Wie soll das Kind heißen? Wie soll das Kind heißen? Können wir das... Ich mein, das ist zwar blöd, aber kann man das theoretisch auch abtreiben? Geht das? Ja? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber machen wir nicht. So was machen wir nicht. Ich finde, wir nennen uns Klaus. Frederico! Frederico! Bruno Junior! Nein, das finde ich blöd. Also schreibt in die Comments. Was soll... Wie soll das Kind heißen? Soll Melle es... Und sollen wir jetzt umziehen? Das ist doch wichtig. Wie kommen wir an Geld? Soll Bonzo jetzt eine Technikurikarriere einschlagen? Wie gefällt euch das? Was würdet ihr? Habt ihr noch Tipps? Habt ihr noch Ideen, was wir machen können? Schreibt es bitte alles in die Comments. Daumen nach oben, abonnieren. Und wir sind morgen wieder für euch da mit der nächsten Season. Dann vielleicht wieder mit Tati und Dahlen. Ich hoffe. Ich hoffe. Wir hoffen. Bis morgen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bin euer Stavino und Pape ist eh da. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.